Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Na, wie geht's denn heute? Ich weiß nicht, Herr Doktor. Ich finde eigentlich, dass es in den letzten 14 Tagen eher schlimmer als besser geworden ist. Sie sagt immer, sie hätte solche Angst. Angst? Was ist denn? Wir haben leider recht gehabt, Thomas. Du stehst unter hypnotischem Zwang. Du hast es uns eben erzählt. Was heißt das? Du gibst Johanna Spritzen, weil dich ein anderer dazu zwingt. Wer? Sie wissen wir nicht. Ich verstehe das einfach alles nicht. Warum denn nur? Ich wollte die Wirklichkeit für Sie auslöpfen, Johanna. Sie sollten die Gegenwart vergessen. Sie sollten die Frau wieder werden, die sie einmal war. UNTERTITELUNG ! Untertitelung. BR 2018